Hallo, ich bin Anne Mende und ich kreiere unter dem Label Pumora Stick- und Strick-Anleitung. Sticken ist für mich ein ganz besonderes Handwerk, da es einem ermöglicht, mit einfachen Mitteln grafische Elemente umzusetzen. In diesem Kurs werde ich dir zeigen, welche Materialien du brauchst, welche Werkzeuge benötigt werden und werde dir ein paar Grundstiche beibringen, mit denen du deine eigenen Motive und auch andere umsetzen kannst. Ich werde dir zeigen, wie man in einem Rahmen ein Stickbild fertigt und anhand von alltäglichen Gegenständen, wie zum Beispiel einem Tonbeutel, ein Motiv einsteckt. Dann werden wir uns der Kleidung widmen und werden einen Rock mit einem Endlosmuster besticken. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in diesem Kurs weitersehen würden.